Heute erfahren Sie, wie die Datenspeicherung in der AWS-Cloud funktioniert. Oder anders gesagt, warum Sie keine Angst haben müssen, Ihre Daten in der Cloud zu speichern und zu verarbeiten. Los geht's! Sie können sich den Cloud-Anbieter wie ein Logistikunternehmen vorstellen, nur dass man dort nicht mit Schachteln, sondern mit Ihren Datenpaketen umgeht. Ihre Maschinen oder Geräte erzeugen IoT-Datenpakete und sollen jetzt in der Cloud abgelegt werden. Ihre Daten werden natürlich verschlüsselt, bevor diese in die Cloud gehen. Die Daten werden sozusagen in einen Tresor gepackt. Technisches Detail am Rande, es wird mit AES-256 verschlüsselt, einem sehr sicheren Schloss. Über das Internet werden Ihre Datenpakete jetzt in die Cloud übertragen. Das macht Ihr Netzbetreiber. Bei AWS werden Ihre Datenpakete jetzt gespeichert. Stellen Sie sich die AWS-Cloud als ein großes Hochregal vor, in dem Ihre Datenpakete eingelagert werden. Natürlich kann AWS Ihre Datenpakete sehen, aber nur, wie viele es sind und wo diese gespeichert werden. Aber was niemand kann, auch AWS nicht, in Ihre Datenpakete hineinschauen. Außenstehende wissen also nicht, was in Ihren Datenpaketen enthalten ist. Sind das Messwerte, Texte oder Videos? Weder AWS noch jemand anderes kann es sehen. Aber Achtung! Wenn die Daten bei der Übertragung nicht durchgängig verschlüsselt werden, zum Beispiel aus Kostengründen, dann ist das so, als ob die Daten statt im Edelstahltresor in transparenten Kunststoffboxen gelagert werden. Und dann könnten, theoretisch, auch unbefugte Parteien sehen, was in Ihren Datenpaketen enthalten ist. Jetzt wissen Sie, wie die Datenspeicherung in der AWS-Cloud funktioniert, warum Sie die Daten unbedingt sicher verschlüsseln müssen und dass Sie immer die Datenhoheit besitzen. Denn niemand außer Ihnen weiß, was in den Datenpaketen enthalten ist und niemand außer Ihnen selbst kann die Daten entschlüsseln, also aus dem Tresor herausnehmen und lesen. Mehr Informationen zur Datenspeicherung in der AWS-Cloud erhalten Sie unter www.sig.software.